Willkommen zurück ihr Feinies, viermal wieder. Das ist eine Session in All Those Trails. Wir kriegen unsere Freiheit. Das letzte DLC haben wir nicht ganz mitgenommen, weil du so viele Sachen und Maps vorne dran spielen musstest, bevor du überhaupt die reguläre Map, die neue, zocken dürftest. Da habe ich mir damals gedacht, nö, ich spiele entweder acht Maps, um eine kleine neue zu spielen. Ist außerdem jetzt auch so, es kommt nämlich schon wieder ein neues DLC raus. Und zwar hier über die Kerntherapie vergiftet die Medizin. Wir müssen wieder die anderen Maps alle durchspielen, um das hier zu machen. Aber wir haben den lieben Kevin, der hatte ich schon gemacht. Ich werde zuerst die vorherigen Maps aus der vorherigen DLC spielen und später raus werden wir hier vergiftete Medizin mit Kevin zusammenspielen, weil der hatte ich schon freigeschaltet, der kann mich damit reinziehen in die Map. Also all good. So. Wir gehen also jetzt hier wöchentliche Therapie und gehen ins Erste, nämlich fahre die Fabrik herunter. Markov kontrolliert die Produktionsmittel, benutzt die Notbremsen, um die Fabrik herunterzufahren. Ich hätte es aber gerne auf Psychochirurgie. Oder? Wenn du Schaden nimmst, dann leidest du Blutung. Benutzt du Verbände? Ich glaube, das ist auch neu. Gasminen wurden durch tödliche Sprengminen ersetzt. Maximale Anzahl Fallen in der Prüfung, maximale Anzahl an brutalen Feinden, extra verbarrikadierte, blockierte und mit Fallen versehene Türen. Maximales Trauma. Vorrichtungsabklingzeit von Länge. Weniger Invertarplatz, keine Spielannahmen, keine Infos. Oh je, keine Infos, Digga. Ach, scheiß drauf. Rein da. Let's go. Wir werden ihn vielleicht voll aufs Maul kriegen. Aber wir probieren es. Wir probieren es. Guck mal. Schwierigkeit, ganz hoch. Please step in. Ich habe aber gar keine Ahnung, was ich da irgendwie überhaupt wie machen muss. Wir werden es komplett live erleben. Ohne Infos, ohne irgendwas. Let's go. Workers, our capital itself. Products bought and engaged to create more easily sellable products. We must control production. Shut down the factory. And we will let you out. Oh, Mama Gans wieder. Ihr habt einen Pellermann. Was? Drücke... Ah, Komma. Okay. Ich drücke Komma. Es kommt aber nichts am Komma. Äh, warte mal. Drücke ich richtig? Ich drücke Komma. Aber da kommt nichts. Mann. Es ist ein Pellermann. Vielen Dank. Schönen guten Abend und alles Gute zum Geburtstag. Pfälz 2 Hart, 2 Pfälz 2 Bounce. Dankeschön, da ist er mich heute. Dankeschön. Vielen Dank. Es ist schon auch so lange her, dass ich fast gar nicht mehr weiß, wie man es zockt. Deswegen ist es gut, dass wir jetzt auf Hart spielen. Spielzeugfabrik. Also wickeln kann ich noch. Okay, das weiß ich auch noch. Er war das 1, 2, 3. Easy, easy. Hey. Okay. Soll ich wieder Taktik spielen und mir direkt Verstecker angucken? Zack, du es mir. Oh, wir haben ihn schon. Weil TNT. Jetzt schon mal zünden. Komm. Komm. Halt's Maul. Oh. Brauchen wir eigentlich nicht. Thank you. Und Dederisch. Ich will also wieder klarkommen. Alles funktionieren die. Oh, ich muss an die Fallen denken. Gas. Nee. Okay. Uh. Ist kein Toilettenpapier. Das sah aber direkt so aus. Das ist eine Badage. Okay. Weil wir jetzt eine Blutung kriegen. Ich weiß nicht, wie hart das ist. Wobei, kriegen wir die Blutung weg, wenn ich hier reinspringe, weil dann regeneriere ich ja mit meinem Perk. Right? Ist da schon jemand? Ich glaube, wir sind noch alleine hier, ne? Noch. Verstecken. Ich wollte drauf springen. Hi. Okay. Ich gucke dann noch ein bisschen nach. Equipment. Das waren... Was waren das denn mal? Atropien? Videobelegungspillen. Achso. Shit. Kann ich die da einfach nehmen? Das war ein extra Leben. Stimmt. Ich erinnere mich. Ah ja. Alright. Okay. Da gehen wir rein wahrscheinlich. Hier gehen wir auch rein. Okay. Meine Blutung verschwindet von alleine wieder, ja. Lass mich durch. Oh. Ist er neu? Ich sag, das wird hart. Okay, ich weiß ja immer, was wir machen müssen. Scheiße, wie komme ich noch mal auf meine Mission? Digger, ich bin ja so raus. Wie komme ich noch mal auf meine Mission? LeBalmin. Äh, die TNT-Dinger meine ich. Genau deswegen, ja. Hat er Röntgen? Ja, oder? Hat er der Boy aus der Tür Röntgen oder der regulär rumlaufende Röntgen? So, mit sich noch eine Nachtsicht meine ich eher, Digga. Ich verklappere mich ja. Nochmal Ditterisch. Nochmal einer. Ich glaube, ich muss da dran. Ich konnte doch vorher auf Tab oder so meine Dinger eigentlich einsehen. Ich will nicht irgendwelche komischen... Oh. Hat keine Nachtsicht. Was soll ich tun? Alarm will sound... Will sound if the door is opened. Okay, I'm alarm on. Oh, shit. Was steht hier? Oh, shit. No, shit. Stop it. Bleib mal daheim. Nein, du sollst rein. Idiot. Ciao. Wie komm... Wie komm ich aber von meinen Missionen? Oh, Akten. Es war kein Tab, war das... Ah. Sammeln... Nee, Propaganda-Buster. Okay, Escape. Hier fahr die Fabrik herunter. Okay, aber ich weiß noch nicht wie. Section Status. Oh. Nein, hör auf. Aua. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich will erst mal gucken. Oh, shit. Ich muss grad mal hier durch. Ich hab Blutung. Viel zu. Ciao. Jetzt zum ersten Mal ein Toilettenbabel benutzen. Oh, es braucht auch lange. Oh, shit. Die Mine... Ich muss grad ein bisschen lernen wieder. Muss ich gleich mal das Recken auch probieren. Oh, ja. Natürlich kommt der jetzt auch noch. Das ist überhaupt kein Terror. Spitze. Äh, fünf Sekunden ist Röntgen. Betesten mal. Doch. Es geht weg. Es geht anscheinend weg. Nice to know. Oh, shit. Oh, shit. Nein, 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 nein. Kein Gas, ne? Wobei, wir haben ja diese Verbesserung auch drin. That's okay, that's okay. Rennen mal ne Runde. Gib mal Röntgen. Was ist denn Miene? Keine Batterien. Wobei... Da hab ich bestimmt schon so hardcore verlaufen. So, ich geh hier rein und heal mich. Ja. Was sind denn bis zu drei Slots machbar? Ne. Einer nur. Ja, aber all good. Es ist erst mal hier die Karte lernen. Kriegen wir hin. Storage. Storage. Also, dann bist du halt damit anfangen musst, ne? Was sagen wir nicht? Die Dinger sind alle zu. Wahrscheinlich muss den Kabeln folgen. Ich weiß nicht, ob ich Adrenalin mit mir rumtragen will. Ich denke, wir usen einfach. Ist da ne Falle dran? Yep. Until dawn. Maybe. Oh, ja, hier ist der erste Kasten. Ah, ich verstehe schon mal, okay, wie das Ganze funktionieren wird. Oh. Easy. Da drüben kommt er raus. Wehe, da kommt er jetzt hier rein. Was passiert denn hier so? Oh. Aber da kommen wir nur zu zweit raus, right? Ne, kommt nicht. Uh. Hi. Der ist hier. Ah, die ist hier. Ey, aber wie viele Gegner? Oh, ich will nur mal rein. Ach, jetzt habe ich jemanden gesehen. Mach kurz Lärm. All good? Ist noch ein Kabel. Das ist noch ein Kabel. Wehe. Aber da kommen wir nicht rein. Ach, der geht an Ernst. Heftig, wie oft die kommen. Wehe. Bleibt der oben? Mit Sicherheit bleibt der oben. Oh, Batterien. Macht Batterien. Na, shit ist das. Ich hatte es ja richtig. Nee. Ja. Uh. Oh. Soll ich mal wieder. Ey. Ey. Siehst ein bisschen dead aus. Äh, warte mal. Ich gucke lieber nochmal hier in der Ecke nach dem Witterisch. Nö. Also das Ding haben wir. Wir können da hin. Ah, das ist noch eins. Nice. Äh. Das mache ich auch immer, wenn es so ein gottlicher Schiss wird. Right. Jetzt wir rushen gleich. Uh. Rushen gleich durch. Durch. Und drücken alle Knöpfe und dann ist gut. Wie viel Battery haben wir denn? Ah, voll. Lassen wir die mal liegen. So, da drüben ist... Ah, Kabel noch sein. Sehr gut. An A waren wir ja schon. Nee. War ich in dem schon? Nee. War ich nicht. Okay, aber nice to know, dass hier überall Toilettenpapier ist. Ich glaube, wie habe ich denn mal getroppt? Oh, ich muss noch wechseln, ne? Easy. Die Tür war ich auch schon mal ready. Versuche, ihn gerade zu rushen, wo er ist. Nee, ist er eher. Du machst wieder dein Praktikum, ne? Ich weiß schon wieder, wie es funktioniert. Ich glaube, hier drüben wird noch was sein. Natürlich kommt er hinter uns jetzt. Ja, was machen die da? Er läuft natürlich auf unsere Seite. Oh, nein, er sieht mich. Oh, no. Oh, no. Hör doch auf. Ah, ich kann ja gar nicht rein. Es kommt noch einer. Zwei Stück. Ich nehme jetzt mal die Batterie. Viel zu viele hier. Ich wollte mir die eigentlich nur angucken, was da abgeht. What the fuck? Okay, der ist jetzt noch zu... Den Ding haben wir jetzt aufgemacht, oder? Ja, aber da hinten ist noch einer fehlend. Wie groß ist das? Oben waren wir halt auch noch gar nicht, ne? Ich weiß nicht, wie viele Dinge... Ich glaube, wir müssen zwei Dinger für einen Knopf machen. Falle. Mal machen wir es auch noch irgendwo stimmend. Und der Große auch nochmal, ja. Ja, easy. Holy moly. Aber bisher sieht sehr cool aus, die Map. Muss ich sagen. Gefällt mir. No running. Okay. So. Oh, wir könnten... Ah, wobei will ich Gegengift nehmen. Batterie ist relativ unnötig. Hier. Wechsel mal. Hm. Scheiße Kabel. Hier. Ich sag nochmal, wir gehen hier komplett blind rein. Oh, die Mama. Ja, für Mama haben wir keine Angst. Gasball wird schlimmer. So. Oh, guck mal, Polyflex hat im Spiel begonnen. Äh, warte mal, this way, this way. Shit. Ist es der Knopf frei? Ja. Okay, ich seh dementsprechend, wo wir schon runtergefahren haben. Was passiert, wenn ich jetzt drück? Oh, die Türen gehen zu. Oh shit, was... Kommt jetzt jemand? Hello, Blade. Ich weiß nicht. Oh, natürlich. Komm mal kurz auf. Natürlich kommt er. Hier rein. Oh shit. Oh shit. Ciao. Holy moly. Dankeschön, Blade. Ich hab grad auf ne Mini getreten oder was war das? Nicht geachtet. Shit. Können auch ne Heel gebrauchen, gib mal Röntgen. Gegengift, wir haben da Batterien, Bombe. Minen, minen, minen. Hm. Shit. Gut. Sei ruhig. Guck, wie ist er da? Habt ihr sie gesehen? Dann der Tür chillt. Hör bloß auf. Nein. Ich sag's doch noch. Ich hab doch ein Leben. Oh. Wie heftig hat die Damage gemacht. Krass. Häftig, ey. Äh. Entspannt euch doch jetzt alle mal. Ich wollte eigentlich nur runter wieder. Oh, Diderisch. Okay, nehmen wir mal mit. Das war relativ selten bisher. Ist hier irgendwo, ne? Entspann dich. Oh. 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 Jetzt find ich einfach mal den Weg für runter. Äh. Geh mal her. Da unten in der Richtung. Nice to know. Kann wir hier runter? War das hier? Ja. Okay, B ist also dementsprechend jetzt der Weg da drüber zu. Ich guck trotzdem mal links, was hier abgeht. Nicht viel. Ah, ich kann ja mal durch. Alright. Julia, mag ich schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Ach, euer Ernst? Vielen Dank. Aus wie Mama. So was funktioniert. Und noch das... Heißt, Doktor. Ich guck nicht. Danke schön. Erst, dreht die Treppe... hoch. Okay. Oh shit, er ist direkt vor mir, ich bin wieder Er ist weg Jetzt wollen wir mal den B-Knopf drücken Haben wir das Verstecke? Ne, haben wir ihn nicht Oh shit Da vorne ist B Sorry Leute, ich muss ja mal durch Moment, ist noch nicht durch Uh, Giftgas Ha, verzögert, ne? Hast du gedacht? Nicht mit mir Hallo Kampia Er ist open Das heißt, der geht zu Und das nächste Tor wird hier zu gehen Zu C Äh, das ist offen, mal nicht so Got it A, B, C, D Nichts leichter als das Lass mal hier rüber rutschen Oh, der macht, oh, der macht, das Ding macht wieder Alarm Hallo Ninja Oh, gegen die Öffzei, nice to know Dankeschön Ninja Oh, hey Äh, bleibst du unten bitte Du wohnst unten, wir wohnen oben Gut, die hört auf mich Dankeschön Brauchen wir nicht Brauchen wir auch nicht Oh, ich hab die Falle gar nicht gesehen Es war skill natürlich, ich hab sie gesehen Na, ganz klar So, direkt entschärfen Falls sie die zumachen, werden wir da durch müssen No Ach, das ist sie Na, die ist ja Wayne Bleib draußen Uh, dich brauchen wir Ne, brauchen wir nicht Shit Flaschen, Ditterisch Er telefoniert mit niemandem Wir kommen ja gar nicht durch What? Ist das ein bisschen runterlaufen Da drüben, irgendwo Oh Da kommen wir von da hinten Maybe da rüber dann Ein Blumenwagen, Dankeschön Dankeschön, Dankeschön Oh, ist ein Heal drin? Yes Big Okay Lüttrich Okay, ich hätte gern Groß Close Close? Ne Doch Nein, hör doch auf Hör doch auf Oh, das explodiert halt Hopp Okay Das Ding kriegen wir auch nicht mehr auf Weil wir schon, glaube ich, B zugemacht haben I see Ich könnte den Oh, spreche mir den Heal Oder warte mal Usen ihn einmal Für den einen Balken So, ich glaube, jetzt kommen wir Mit dem letzten C-Ding, maybe Oh, leck mich an Ah, ich will kommen da nicht hin Da ist keine Falle Oh no, Mami Nein Oho 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 Du, ey ich ja, gell? Dankeschön Nein, ich war da irgendwie durch Boah, wie die Blute Bring mich hier AC um Boah, hab ich nicht gedacht, war fast One-Hit durch die. Holy moly. Ja, Mami findet mich auch sehr attraktiv, ich merk schon. Oh, ich glaub, ich muss jetzt halt den Heel pressen, ne? Wenn die mich noch einmal hattet. Das war nur normaler Hit, ja. Ja, wie gesagt, die anderen sind ja auf jeden Fall deadly. War ja damals auch mit den... Ach, leck mich doch am Arsch. Mit den Perks von denen so... Oh, shit. Wo könnte es sein? Husten. Nooo. No, 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 no. Da ist sie. Oh, danke schön für den Follow. Dankeschön. Ja, wie gesagt, sobald uns ein Main-Charakter sozusagen crappt und die richtige Attacke durchführt, sind wir auf jeden Fall dead. Ist mir auf größter, höchster Schwierigkeit blind, unwissend überhaupt, was hier Missionen sind und etc. Pipi. Ich wollte ja eigentlich nur durch. Hi. Mach ich jetzt gut, ich seh schon. Braucht keine Hilfe, ne? Was ist das? Das Stacheldraht unterm Bett. Aber hier darf ich. Für die Main braucht man 15 Minuten. Ne, die ist mit 45 eingeloggt, oder? Ich glaube, hier gehen noch 45. Auf jeden Fall nicht auf der Schwierigkeit für 15. Außer, wie gesagt, ich will es jetzt schon kennen, dann bin ich wahrscheinlich durch Rushen und wüsste schon alles. Anderes Level. Oh shit. Oh shit. Wer hat's gehört? Die Mama. Komm, Mama. Oh no. Kommt ihr? Die kommen nicht. Stecken sich hier im Zimmer. Wie er. Ja. Die haben wir gelöst. Ja, richtig. Okay. Aber die Frage ist, mach ich hier oben noch shit weiter? Äh. No. Natürlich. Natürlich. Tschüss. Ich glaube, die Frage ist, ich mach glaube ich hier oben erst noch fertig, mach dann 10 und dann ist das direkt D auf einmal. Die ist runter, ne? Macht ihr beiden eigentlich da? Oh no. Mami. Chill. Komm ich irgendwo durch? Nee, shit. Die können nicht runter springen, glaube ich. Äh. Jetzt müssen wir jetzt noch genau hin. Das Kabel nochmal finden. Hier. Kommt's hoch und da durch. Hier rein. Müsst dann noch D sein. Ich frag nicht. Was? You so sexy. Dankeschön. Du auch. Easy. Okay, das heißt jetzt kann ich durch rushen. Hi. Hi da. Boop. Oh ne, das Ding ist gar nicht auf. Warum ist den nicht auf? Oh ne. Sag mir mal, ob ist den nicht offen? Ah. Oh ne. Oh ne. Oh ne. Machen wir's auch noch da, ne? Entspann dich mal. Warum ist den nicht offen? Nein. Ein Ding fehlt. Shit. Oh shit. Ich hab die Mini gesehen. All good. Wir rennen ne kleine Runde. Oh shit. Hier ist zu, ne? Oh. All good. Ich kann einfach aufmachen, aber egal. Jo. Vielleicht können wir von der Seite. Kist ist hier. All good. Da rein. Ja, da hinten. Hallo der Kuras. Vielen Dank für die 20. Hiro zusammen. Schöne Grüße aus der Preiseinschaltungszeichen. Einschaltungszeichen. Hallo Blanzhavenen. Dankeschön. No. What? Geh raus. What the fuck? Danke schön für die Glückwünsche, ihr Lieben. Ist gut. Ist gut. Ist gut. Doch. Letztes Ding hat funktioniert. Nice. So, jetzt können wir noch D drücken. Ist die offen? Ne, die ist nicht offen. Die letzte nehmen wir da auch noch mit. Ne, die ist auch noch nicht entschärft. Machen die die wieder scharf, wenn ich sie drin lasse? Wo ist der Dicke da hinten? That's it. Okay, er rafft nix. Oho. Let's go. No. So n... Shit. Ist eine Runde mit dir rennen. Ciao. Psycho. Und vielen lieben Dank. Easy. Ein unterdurchschnittliche Leistung. Okay. Warum bist du denn jetzt so zu mir? Damit er von oben mich gekillt hatte, ja. Hätte er trotzdem noch ein Leben gehabt. Aber blind lief gut, ne? Höchste Schwierigkeit. Mhm. Soll ich nochmal gucken? Ich glaub, wie gesagt... Sicher, dass sie für 15 angesetzt ist. Dann haben wir ganz schön verkagelt. Relativ verkagelt. Mach auf. Praktikant, mach auf. Wir wissen es. Praktikant. Wer ist der Boss hier? Dankeschön. Wir haben B, ich weiß. Prrp. Prrp. Mal schauen. Hallo Freunde. Mh... Mh... Ne. Okay. Oh, die ist für 15 angesetzt. Ja, natürlich. Ja. 15 Minuten. Natürlich. 45. Auch auf Psychochirurgie. Da habt ihr es gesehen. Da sind wir drauf. Auf volle Lotte. Okay. Die gibt's gleich. Die gibt's. Gleich. Das ist einiges. Untertitelung des ZDF, 2020